1. 1. 2. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 10. 1. 10. 10. 10. 11. 14. 15. 100. 15. 15. 15. Das stimmt, was Sie gesagt haben. Schwarz ist auch für eine weiße Schuhe. Ja, ich habe keine Schuhe bekommen. Hier ist das Ding. Komm, ich wünsche dich hier noch ein bisschen. Na gut, ich kann das nochmal machen. So, dann... ... und die andere Seite. Maxi, du hörst jetzt! Und dann hochgenommen, das ist nun mal gut. Aktivieren und warum ich den Mann abnehme. Das steht noch nicht, ich habe nicht zufrieden. Und dann zählen Sie mal runter. 3, 2, 1, und dann sagen Sie, ich will... So. Und dann ziehst du dich an der Stange und ziehst du dich an der Stange und ich habe kein Torwart. Bleib schön stehen, einfach hier und dabei bleibt hart. Und dann kommen die drei, wo du die Arme nähen kannst. Gut Venus, gut, gut, okay. Ein bisschen mehr drauf. Wunderbar. Bestellte sich. Der Kriegsorgan. Ein bisschen schneller, zehnmal. Ein bisschen schneller. Sehr gut. Alles da sehr gut. Sehr gut. Gut so. Gut so. Okay. Prima. Sehr gut. Und wieder hoch. Schon mehr Zeit. Ich bin schon gut. Einigermaßen. Hallo. Keine Kameras. Keine Kameras. Hallo. 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 Hopp, hopp, gut, gut, sehr gut. Ganz genau, ja kein Problem, hat er trotzdem gezählt, die sind rechts in den Händen. Jetzt kannst du aufgehen, genau, und dann kannst du auch nicht stehen bleiben, weil es dann das Gericht ist. Jetzt kannst du aufgehen, bitte, aufgehen. Dann kannst du aufgehen, dann kannst du aufgehen, dann kannst du aufgehen, dann kannst du aufgehen. Das geht nicht so. Ganz genau, das heißt Nummer 1. Ja, das ist gut. 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 Mit der Beweglichkeit findest du deine Schultern ein bisschen mehr. Ja. Und dann siehst du ja, bei der Stellung an, bei der Stellung an, bei 30 Grad sein. Ja. Kannst du deine Gäste anschauen? Und dann geb ich dir der Methode. Groß Geburtstag. Maxi. Er ist ernsthaft? Ja, Happy Birthday. Ich wünsche dir vor allem viel Gesundheit, Glückwunsch und viel Liebe. Danke. Ich muss das Video-Bürstekuss. Das ist die Gefängnis. Also, wer hat das mal in der Stadtodlived hatte? Weißt du nicht mehr, warum? Du kennst doch keine Ziele zu, du wirst zählen. Du wirst nicht immer die Stange, Und in der Position des Schalken-Arms aufwärts im Oberkörper brauchen wir den Beinwägen von der Kraft. Vielen Dank.